Das ist etwas zu grauen, wenn du die Partner meinen, es ist etwas zu schlafen. Nehme. Ein bisschen weiter nach vorne, Christian, ein bisschen nach vorne. Ich weiß nicht, ob du bereit bist. Ein bisschen rechts. Kleine rechts. Ja, ist okay. Okay, gute Reaktion, unten. Okay, Christian. War okay. Nichts. Schau nichts wieder. Das tun wir gut. Wer ist so? Entscheiden ist wahnsinnig. Alles ausschalten. Ja, ja, okay. Zu spät. Zu spät. Zu gerade, meine ich, Christian. Du hast ihm noch hingegangen, oder? Ja, weißt du, hast du so gemacht. Hopp, hopp, gerade und an. Du siehst du nicht. Hopp, hopp. Du warst gerade. Du warst gerade. Du warst gerade. Du warst gerade. Ja, du warst gerade. Jetzt kommst du gerade und dann rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also, soll ich sagen, komm mal. Also, so, und dann jetzt wieder rein. Ah, nein, nein. Dann mal schauen. So aus dem Schattelkommir. Dann mal schauen. Also, dann losgerät dann. Alles andere sind nicht bekannt. Ja, bravo! Ich stehe gut, mache ich, Hele, ich dachte, komm, zumachen, komm, komm, du bringst das Zeug hier, und dann zumachen wir, aber ich suche, dann suche ich. Das bedeutet, diese Balle muss man hier, und dann kommt hier, mehr Ball und so, ohne Ball. Dann schießt einer den Mega-Ball, und er will nicht den Mega-Ball. Ah, da ist nix. Ausgeschaltet, Konzentration. Jetzt ist es, oder jetzt ist Konzentration? Ja, Zentimeter, Zentimeter. Wenn jemand, also, und kommt Ball, später, wenn du tenisst, dann denkst du das. Es kann immer wieder mal passieren, aus der Konzentration heraus, dass du andere Geräusche reinnimmst, aber du bist jetzt rechts übergegangen, da hast du gemerkt, wo der Kampus sofort ist. Der Kampus hat aber keinen Kampus. Was? Weil du keinen Schnitt hast, oder? Nein, nein, ganz, ganz. Hopp, hopp! Okay, knapp nehmen wir nicht mal hart, aber das ist okay, das ist normal. Ja, ich stehe gut. Ja, sehr gut! Ja, bravo! Jetzt wirklich konzentrieren! Ja, so! Okay, gut, runter! Bist du blind, oder warst du im Tor? So, können wir dann anfangen? Wie war es? Ja, lass mich nicht mit deinem Tor! Waren? Wo war es mal! Waren, von der Kiliken war es kommt, wo sieht das Tier aus? Wo war es nicht geworden? Wo war es nicht? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, bravo. 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 Ja, ganz genau. Ja, bravo. 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 Ja, bravo.